herzlich willkommen zu diesem siebten teil von in pipe und david wandwick der deutschen übersetzung kurz zusammengefasst worum geht's david wandwick ist cocktail und spirituosen historiker und gelernter journalist er selber hat mehrere kolumnen in der new york times und in der washington post betreut und ist seit geraumer zeit auf den faden seiner passion nämlich cocktails und eben der geschichte der spirituose unterwegs im buch im bei geht es um die erste verschriftlichung von cocktail rezepten in der geschichte der menschheit von professor jerry thomas und genau dieses buch und die anfänge der american bar wird in im bei beschrieben wir befinden uns in kapitel 3 und in diesem dritten kapitel geht es um den wunsch wir sind in der rezept sektion und wir sind bei seite 94 und es geht um die collins zwillinge kurz zum hintergrund im ersten kapitel wird beschrieben das leben von professor jerry thomas und wie er an die bar gekommen ist zumindest das was nachweislich ist im nachgang geht es dann kurz in die barkunde das ist kapitel 2 und in diesem kapitel 2 geht es um barkunde damals und heute und wir sind jetzt in der rezept sektion und hier werden die einzelnen rezepte historisch auseinander genommen und anschließend dann in den rezepten aufgeschlüsselt es wird immer wieder anmerkungen geben von david wandrick und anschließend anmerkungen zu der rezeptur von mir viel spaß bei diesem siebten teil die collins zwillinge john und tom ich habe die ursprünge und frühgeschichte dieses prinzen unter den longdrinks mit einiger genauigkeit in punch erforscht das ist davids anderes buch dementsprechend gibt es hier die telegram version new york steven price theater intendent gin punch trinker etwas kaltes soda mit rein bitte zieht nach london leitet den garrick club schauspieler majestäten andere berühmtheiten sein punch findet anklang john collins chefkellner limmers hotel macht eine variante seine variante macht ihn berühmt sein klientel umfasst admiräle und baronessen herzöge und generäle die den drink in aller welt verbreiten der john collins ist geboren das erste mal hören wir in den 1830ern vom collins punch 21 jahre später war der eine durch den anderen oder der andere durch den ein berühmt geworden 1864 hatte es der drink über den atlantik geschafft wo er in der berühmten dollis tavern angeboten wurde beziehungsweise hatte es irgendwas über den atlantik geschafft soweit wir das beurteilen können hat niemand je collins genaues rezept aufgezeichnet aber egal ob nun authentisch nach dem rezept aus dem limus oder nicht jedenfalls ward ein gin punch mit einem drangetackerten collins schildchen auf die weite welt losgelassen und ehe man sich versah stieg der john collins aus englands morgen zur sonne empor und umkreiste die welt zitat laut webster 1877 behauptete die new york world dass diese spezielle infektion durch offiziere der britischen armee übertragen worden sei was völlig plausibel wäre das dollis war zum beispiel tatsächlich bei britischen offizieren beliebt und auch bei konföderierten während des bürgerkriegs waren unter den gästen viele spione kaufleute und diplomaten des südens die sich im montreal aufhielten sogar john wilkes booth trank 1864 da dazu gehört auch angemerkt dass viele dieser dunklen gestalten auch hinunter nach new york schlüpften wo eine verstörend hohe zustimmung für die konföderierten zu verzeichnen war gemäß der new york world hatte es der dring bereits 1850 dorthin geschafft als ein eminent bedeutender offizier der royal artillery ihnen den jungs hinter der bar des clarendon hotels beigebracht hatte wo er sein new yorker hauptquartier bezogen hatte aber wenn dem tatsächlich so war dann scheint die zeitung das ignoriert zu haben zu beginn der 1870er jedenfalls hatte sich der dring in den saloons amerikas bereits durchgesetzt obwohl er zuerst überall mit einem gin holländischen stils gemacht wurde anstatt dem old tom gin den mr collins offenbar benutzt hatte nur ein paar jahre später weil landesweit als einer der unverzichtbaren sommerdrinks angenommen worden aber amerika ist ein großes land und echos klingen in all der weite eigenartig und dieses schicksal wieder vor dem john collins in den 1870ern als er 1876 in der zweiten auflage von jerry thomas buch auftaucht ist plötzlich ein tom collins draus geworden wie kommt das dieses echo war es man muss wissen dass 1874 ein recht blöder streich kreuz und quer durch das land beliebt wurde eine ganz simple sache man wendet sich an den nebenmann in der bar und erzählt ihnen dass man gehört habe dass ein gewisser tom collins in der ganzen gegend schlecht über ihn reden würde und dass man gerade eben besagt mr collins in einer bar gleich um die ecke gesehen habe die straße runter am anderen ende der stadt wo auch immer abgang nebenmann kochen vor wut im nächsten lokal fragt er nach einem mr collins und weil da auch ein paar eingeweihte sind wiederholt sich die prozedur es klingt völlig bescheuert aber wenn man den zeitungsberichten über die folgenden auswüchse glauben schenken mag nur wenige davon mit tödlichem ausgang funktioniert es ganz gut auf jeden fall muss für menschen die nie von limmers oder dem guten old john gehört hatten der name tom collins für den drink einfach mehr sinn ergeben haben besonders als auch noch viele begannen ihn mit dem ursprünglichen old tom gin zu machen der zu der zeit gerade sehr boomte wenig später war der drink ein tom collins und der name john collins war der version mit den holland gins vorbehalten anmerkung in der mitte des zwanzigsten jahrhundert als hollands in amerika kaum noch erhältlich waren mutierte der john collins zu einem whisky drink was vermutlich gar nicht so abwegig ist wenn man den whisky charakter des genevas bedenkt unserem old john blieb das wissen um diese farce erspart nachdem er über 40 jahre im slimmers gesteckt und währenddessen so einiges vom leben mitbekommen hatte zog er sich in den frühen 1850ern in ein häuschen außerhalb von london zurück wo ihn sogar dickens mal besuchte boss war ein gin punch man der ersten stunde 1855 war er tot die rezeptur ein großes barglas verwenden ein teelöffel puderzucker saft einer halben zitrone ein weinglas old tom gin eine flasche gewöhnliches soda schütteln oder auf eis rühren am ende eine scheibe zitronenschale hinzugeben auffüllen mit soda die quelle hier die new york sun 1873 über eine nicht datierte beilage zum steward and barkeepers manuelle von 1869 anmerkung zu den zutaten benutzen sie für einen john collins einen geneva besonders fein wieder mit einem gereiften die flasche soda wäre eine der kleineren sorte somit etwa 18 cl inhalt was die variation angeht jerry thomas ein mann der tom gin schule beschrieb 1876 noch version mit whisky und brandy neben dem gin ansonsten blieben die rezepte gleich anmerkung zur ausführung in der welt des bartending gibt es wenige streitpunkte die langlebiger sind als die unterscheidung zwischen collinses und fisses beide haben im grunde die gleichen zutaten beide sind in hohen gläsern also läuft es letztlich darauf hinaus was man mit dem eis macht dass man es drin oder nimmt man es raus wenn man die sache historisch betrachtet wird es tatsächlich ein wenig klarer als viele meinen die gläser voller gin punch mit den old john hantierte wären mit kaltem soda wasser bereitet worden hätten aber kein eis enthalten in amerika aber gab es mehr eis und einen punsch in einem hohen glas hätte man generell mit eis gemacht und dieser punsch war eben ein long drink obwohl das von worlds 1877 gedruckte maßgebliche rezept diese frage von individuellem geschmack überlässt amerikas bartender waren auch daran gewohnt drinks zu shaken und dann zu strainen so hat jerry thomas seinen gemacht und am ende das soda drauf gegossen aber er hat auch seinen gin fiss so gemacht tatsächlich ist der einzige unterschied zwischen den beiden dass im collins mehr von allem drin ist und er in ein größeres glas kommt im grunde ist ein fiss ein short drink er sollte unverzüglich getrunken werden der collins jedoch ist dafür zu groß an diesem unterschied haben sich die bartender festgefressen weil der collins im glas mehr stehvermögen zeigte hatte er auch mehr gelegenheit warm zu werden als antwort darauf gab man eis ins glas und sobald man das macht gibt es auch keinen grund mehr zu schicken oder zu strainen daraus wurde dann die klassische unterscheidung dieser beiden drinks ein fiss wird geschickt und gestreint ein collins wird im glas über groß und langsamen eiswürfel gebaut je größer das glas umso besser schließlich bekam der tom collins sogar ein eigenes glas ein großes langes halb liter ding schon 1884 hatten bars spezielle john collins gläser auf lager die world ließ noch ein ließ einen noch den zucker am rand einrühren was den dring ganz angenehm schäumen lässt anmerkung von mir mitnichten ist ein collins ein long drink die definition des long drinks ist relativ einfach eine spirituose mit einer aufzufüllen den karbonisierten limonade und wie wir ja vorhin im rezept gehört haben sind es vier zutaten puderzucker zitronensaft und soda und von daher mitnichten ein long drink und wir nehmen einfach grundsätzlich für uns an in der community rund um dwing kling dass der fiss und der collins jeweils eine eigene kategorie ist wobei wichtig ist in dem eines eis in dem anderen nicht auch hier kann man vorkühlen aber wir gehen einfach mal die auf den ursprung zurück nicht überall muss man schmelzwasser benutzen um eine verdünnung zu erzielen manchmal ist verdünnung auch gar nicht gewollt der clary punch niemals zitat niemals werden sie den schwitzenden arbeiter mit kräftigen armen bis zum ellbogen bloß die braue von riesigen perlen ehrlichen schweißes umsäumt an einem heißen tag an die bar schreiten sehen und nach einem clary punch verlangen zitat ende nein für den muss es bourbon sein anstatt des delikaten clary punch aber ihr feiner snob oder auch ihr kultivierter gentleman wird sich die braue mit dem parfümierten taschentuch tupfen während er an seinem pann schnippt und insuniieren dass es sehr heiß ist beim jupiter wissen sie zitat ende nun so in etwa hat jedenfalls der buckelin igel 1873 die dinge gesehen der igel schweigt zum saturn punch den thomas mit in sein buch aufgenommen hat einfach den clary durch einen billigeren saturn ersetzen aber wenn der clary punch ein dring für gecken ist dann wird er bestimmt auch einer sein wir kommen zum rezept ein großes barglas verwenden anderthalb esslöffel zucker eine zitronenscheibe zwei oder drei orange scheiben den tumbler mit geschabtem eis füllen dann den clary hinein gießen gut schütteln und mit beeren der saison garnieren ein strohhalm respektive trinkhalm ins glas geben quelle cherry thomas 1862 dieser clary wein kann eben auch ein durch ein soturn ersetzt werden und dann haben wir diese beiden punches anmerkung zu den zutaten von david der wein muss nicht zwingend ein bordeaux sein eben im amerikanischen an clary jeder trockene rotwein mit vollem körper erfüllt hier seinen zweck anmerkung zu den ausführungen von david zuerst den zucker in ein wenig wasser auflösen oder einfach die entsprechende menge an gommensirup verwenden wein zitrone und eis hinzugeben kräftig schicken ohne strain in ein hohes glas geben und wie angegeben fertig stellen der milk punch der milk punch geht als punch bowl getränk bis in die späten 1600er oder frühen 1700er zurück zu jener zeit wurde seine erfindung afra behn zugeschrieben komödiantin schauspielerin kurtisane sowie die erste frau die ihren lebensunterhalt ausschließlich durch schreiben verdiente aber ein milk punch im glas oder ein milk punch aus einer schüssel oder einer flasche sind zwei völlig verschiedene drinks im letzteren lässt man die milch absichtlich gerinnen und seit sie anschließend ab der milk punch der milk punch geht als punch bowl getränkt bis in die späten 1600er oder frühen 1700 zurück zu jener zeit wurde seine erfindung afra behn zugeschrieben komödiantin schauspielerin kurtisane sowie die erste frau die ihren lebensunterhalt ausschließlich durch schreiben verdiente aber ein milk punch im glas und ein milk punch aus einer schüssel oder einer flasche sind zwei völlig verschiedene drinks im letzteren lässt man die milch absichtlich gerinnen und seit sie anschließend ab so bekommt man einen schabilen dring dessen weichheit zwar nicht zu leugnen ist der aber dennoch nicht unbedingt zu üppig erscheint im ersteren jedoch bei dem haltbarkeit kein thema war weil er nur lange genug herumstehen musste bis ihnen sich der sportsfreund der ihn bestellt hatte ins gesicht stellen konnte da drehte sich alles um die sahne und im fall des rezept des professors um den alkohol nicht dass er in dieser beziehung allein gewesen wäre wie der bucklin igel 1873 vermerkt und zwar zweifellos aus eigener erfahrung ist der milk punch zitat die sicherste sache der welt um davon betrunken zu werden und zwar so schrecklich betrunken dass man nicht mehr weiß ob man eine kuh ist oder man selbst oder sonst irgendetwas blödes zitat ende die rezeptur man verwende ein großes barglas einen esslöffel weißer zucker zwei esslöffel wasser ein weinglas cognac ein halbes weinglas santa cruz rum ein halber tumbler mit geschabtem eis mit milch auffüllen die zutaten gut zusammen schütteln und am ende mit ein wenig muskatnuss bestäuben das ist das original rezept quelle jerry thomas 1862 anmerkung zur rezeptur von david großes barglas verwenden zwei teelöffel weißer zucker zwei teelöffel wasser sechs cl kognac 3 cl santa cruz rum in dem falle rum spanischer bauart ein halber tumbler mit geschabtem eis anmerkung zu den zutaten der drink wird an attraktivität nicht einbüßen wenn man den weinbrand einen guten kognac verwenden und den rum der mild voll und gut gereift sein sollte halbiert für die als egg milk punch bekannte variante siehe eggnog auf seite 148 das ist dasselbe anmerkung zur ausführung zu beginn den zucker im wasser auflösen unerbillig shaken und wenn noch ein ei im spiel ist dann sogar noch brutaler mit trinkhalm servieren der mountain punch dieser drink wird von den zehn von den zehn bergvölkern der alpen sehr geschätzt der mountain punch zitat dieser drink wird von den zehn bergvölkern der alpen sehr geschätzt und wurde mir freundlicherweise von einer jungen schweizer dame in genf schweiz erklärt zitat ende wenn das tatsächlich die worte von jerry thomas sein sollten sie stammen aus dem campelten buch von 1867 dann ist der mountain punch ein flüssiges souvenir der europareise des professors von 1860 bei den enthaltenen 15 cl spirituosen kann man schon mal die augenbraue lüpfen und die adäquate serviermethode wäre wohl eher am hals eines bernardinas als durch die hand eines bartenders die rezeptur ein großes barglas verwenden ein esslöffel zucker ein weinglas brandy eineinhalb weingläser santa cruz rum eigelb von eiweiß trennen das eigelb in den tumbler geben und das eiweiß schlagen den tumbler zu zwei dritteln mit eis füllen und mit milch auffüllen gründlich schütteln dann das eiweiß oben aufgeben und mit gefärbtem zucker garnieren quelle charles campbell american bartender 1867 anmerkungen zu den zutaten zitat verwenden sie ziegenmilch wenn möglich zitat ende laut cherry thomas ob nun ziege oder kuh es sollte vollmilch sein und es ist keine ganz furchtbare idee die spirituosen menge zu halbieren übersetzt übrigens die mengen ein weinglas 6 cl und eineinhalb weingläser demnach 9 cl also 6 cl brandy 9 cl santa cruz rum anmerkung zu den ausführungen ich gebe gern einen teelöffel zucker ins eiweiß bevor ich es schlage was man auch im shaker machen kann natürlich ohne eis die anderen beiden teelöffel zucker rühre ich in die milch bevor ich eis schnaps und eigelb hinzugeben für die zucker garnitur empfehle ich eine einfache schablone und zwar ein kreuz aus dickem papier damit man den drink mit rotem zucker bestäuben kann was entsprechend eines weißen kreuzes in der mitte belässt und schon hat man die schweizer flagge oder man kann einfach darauf pfeifen und den gefärbten zucker vergessen was vermutlich sowieso vernünftiger ist der mississippi brunch ich weiß nicht ob jerry thomas diesen hier im planters house in st louis oder in new orleans keokuk oder sonst wo während seiner tage entlang des mississippi wie er es formulierte aufgegabelt hat woher auch immer er stammt er legt zeugnis ab von den fähigkeiten und dem geschmack unserer vorväter wenn man allen schnaps um die hälfte reduziert dann hat man den eldorado punch der im kapitel der neuen drinks enthalten ist das dem ende der 1876 er zweiten ausgabe von thomas buch angeheftet wurde ist das als flüssige reminiscenz an seine 49er zeiten zu verstehen der umstand dass er in der erstausgabe nicht erhalten enthalten war spricht in gewisser hinsicht dagegen aber vielleicht hat er ihn auch bloß vergessen und die gelegenheit genutzt den fehler zu korrigieren die rezeptur nach jerry thomas man verwende ein großes barglas ein weinglas brandy ein halbes weinglas jamaica rum ein halbes weinglas bourbon whisky anderthalb esslöffel weißer puderzucker eine viertel große zitrone ein tumbler mit geschabtem eisfüllen oben genanntes muss gründlich geschüttet werden und für jene die jedes schlückchen wie eine langgezogene kette der süße bevorzugen gebe man ein glasröhrchen oder einen trinkhalm dazu durch den sie den nektar schlürfen können dieser punsch sollte mit kleinen stückchen orange und beeren der saison garniert werden quelle cherry thomas rezeptur nach david barglas verwenden 6 cl brandy 3 cl jamaica rum 3 cl bourbon musky 1 esslöffel weißer puderzucker eine halbe große zitrone anmerkung zu den zutaten brigademajor thomas unett von ihrer majestät 19 infanterie regiment nahm eine mississippi punch in seine liste amerikanischer sommerdrinks auf die er während seines amerika trips gesammelt und 1850 in der illustrated london news veröffentlicht hatte seine version beruht auf einem glas 6 cl utar weinbrand dito einen halben jamaica rum und einen esslöffel arak als brandbeschleuniger das ding ist köstlich falls sie an einen arak kommen der indonesische ist das mittel der wahl wenn möglich der batavia arak von van osten anmerkung zur ausführung die zitrone ins rührglas pressen den zucker hinzugeben und unter stetigem rühren auflösen dann alkohol und eis zu geben gründlich schaken ohne straining servieren st charles punch das st charles hotel war eines der beiden besten in new orleans während das st louis das an der stelle stand die heute von royal orleans besetzt wird das french quarter versorgte lag das st charles an der avenue gleichen namens jenseits der canal street im amerikanischen teil der stadt an legenden über das st charles das eine zeit lang vor dem bürgerkrieg als eines der zwei oder drei besten hotels amerikas galt herrscht kein mangel aber diese geschichten werden auf eine andere bühne warten müssen dass der punch den sich thomas in new orleans angeeignet haben dürfte dafür eine sehr deutliche sprache spricht sollte als hinweis genügen die rezeptur ein großes barglas verwenden ein esslöffel zucker ein weinglas portwein ein pony glas weinbrand der saft einer viertel zitrone den tumbler mit geschabtem eis füllen gründlich schütteln mit frischen früchten der saison garnieren und mit einem trinkhalm servieren quelle jerry thomas 1862 rezeptur korrektur anmerkung von david großes barglas verwenden ein teelöffel zucker 6 cl portwein 3 cl weinbrand eine viertel zitrone und dann genau so wie jerry thomas das beschrieben hat anmerkung zu den zutaten der portwein sollte ein ordentlicher ruby sein der weinbrand cognac das eis gequasht und die früchte beeren auf ein paar einfachen veränderungen wird daraus die von jerry thomas passenderweise und schon triss also zauberin getaufte und entsprechend von charles b campbell abgekupferte einfach den weinbrand mal zwei nehmen den zucker durch zwei teelöffel orange curacao ersetzen mit eis shaken obwohl die thomas variante tatsächlich nicht geeist ist was daraus technisch gesehen einen skaffer macht eine zusammensetzung aus wein und spirituosen die mitte des jahrhunderts kurz populär war wonach man die geschichte in einen kleinen weinkelch abseit ich verwende dazu gerne eine champagnerflöte und dann lächeln anmerkung zur aufführung zuerst den zucker im zitronensaft auflösen der prince of wales punch ein weiterer dringend welcher campbell und demzufolge sowohl thomas zweiten buch entnommen wurde der an den amerika besuch des prinzen 1860 erinnert und bei dem es sich recht wahrscheinlich um das schicke ding handelte dass er aus den händen von jerry thomas gereicht bekam oder zumindest einen davon je nachdem welchen berichten über des prinzen ausbruch ins wilde new yorker leben man glauben schenken mag sicherlich hat george forrester williams behauptet bei dem fraglichen dringend habe es sich um einen mint julep gehandelt aber die grenze zwischen punch und julep war zu dieser zeit etwas verschwommen und verschwommen passte zweifellos auch zu williams dessen freund do sticks und dem prinzen jedenfalls traf das den geschmack des prinzen auf den punkt siehe auch der prince of wales cocktail auf der seite 275 wir sind auf 102 man verwende ein großes barglas ein esslöffel zucker ein halbes pony glas curaçau ein halbes pony glas maraschino ein weinglas weinbrand ein pony glas jamaica rum drei scheiben orange und eine scheibe ananas mit geschabtem eis füllen gründlich schütteln mit beeren garnieren und einen dash portwand hinzugeben quelle charles b campbell american bartender 18 67 oder jerry thomas 18 63 rezeptur korrektur nach david ein teelöffel zucker 1,5 centiliter curaçau zwei teelöffel maraschino 6 cl weinbrand 3 cl jamaica rum der rest so wie von jerry beschrieben anmerkung zu den zutaten verwenden sie den besten cognac den sie sich leisten können schließlich geht es hier um royals anmerkung zur ausführung zuerst den zucker mit den früchten mörsern thomas hätte ihn im glas serviert in dem er geschakt wurde die praxis der moderne würde gebieten ihn über frischem eis zu strainen in welchem fall man sich um das feine eis oder das mörsern vor dem schicken keine gedanken machen muss und das ist der siebte teil von im bei von david wonder der nächste teil wird in zwei tagen veröffentlicht dankeschön fürs zuhören und viel spaß beim nachmixen bis bald tschüss